Als ich ein Kind war, da gab's kein Internet. Es gab kein Bildschirm neben dem Bett. Das Telefon, das hatte ein Kabel. Und wenn ich Fernsehen schauen wollte, musste ich fragen. Die Post war gelb und keiner kannte DHL. Alles war so langsam oder eher nicht so schnell. Als ich ein Kind war, gab es keinen Star. Dafür jeden Tag auf 3RTL2. Als ich ein Kind war, gab es keinen Star. Dafür jeden Tag auf 3RTL2. Als ich ein Kind war, als ich ein Kind war. Als ich ein Kind war, war Linda Demol eine berühmte Frau. Jawohl. Es war nicht alles gut damals. ICQ war schon ganz nice. Früher waren die Wiesen grün und die Bullen auch. Als ich ein Kind war, gab es keinen Star. Da für jeden Tag auf 3RTL2. Als ich ein Kind war, gab es keinen Star. Da für jeden Tag auf 3RTL2. Ich bin ein Kind ab und Dankeschön! Danke.